Moin ihr Lieben und schönes Abstandsort und heute zum neuen Video. Ihr seht heute zwei Bürger, die das Deutschland-Ranking sprengen. Das haben wir noch nie gehabt. Zwei Bürger in einer Bürgertour, die ins Deutschland-Ranking kommen. Kreativ, sein Urgroßvater, absolut anders. Und dann noch unbekannte Bürger. Keine Bürger, die jetzt 100 Mal auf YouTube hoch und runter gespielt wurden. Den einen, der Bad hat gleich sogar noch gar nicht zu sehen. Der andere, glaube ich, nur beim Einzigwahn, Achmed. Und ich habe ihn jetzt auch getestet. Kuss geht raus. Viel Spaß beim Video. Wenn ihr euch wundert, warum ich die letzte Lasche vom Dings finde, mein Kopf ist einfach zu groß. Und wir sehen uns jetzt bei der Bürgertour. Eine Milliarde Nachrichten. Ich weiß, habe ich schon bei vielen Bürgern gesagt. Ist aber so, eine Milliarde Nachrichten. Soll ein sehr heftiger Burger sein. Ich habe ihn auch schon getestet, privat. Und der ist auch heftig. Oh Mann, was war dann wieder so lustig. Und ich hoffe, er performt heute auch auf Kamera. Das werden wir jetzt sehen. Kuss, hört sich an, als wäre hier ein Affen. Affenstall. Hört ihr das? Komisch. Traumkuh, erste Station, muss ich noch sagen. Den gibt es inzwischen auch in Köln und ich meine auch in Frankfurt. Eben habe ich auch ein bisschen falsch gesagt. Ich war schon mal mit der Kamera hier, aber nur im Livestream. Und da war der maximal heftig. Dann war ich auch noch einmal so da. War auch maximal heftig. Ja, und das werden wir jetzt überprüfen. Auf die Empfehlung vom 1. Ich war in Achmed auch Bison und seinen Vater. Werden wir testen. Also der eine Burger heißt so. Ich habe heute Beintraining gemacht, Leute. Ich zitter hier. Als hätte ich wirklich was. Als wäre ich auch in eine Banane gefallen. Wo es sein, wenn es so drücken, wenn es so jugendfreundlich aus. Denkt auch immer dran, Zektus begleitet das Ganze. Ich sponsert das Ganze. Wirklich die top Supplemente. Made in Germany. Holle Zinn ist der Code für den direkten Support bei Zektus.de. Genau, gerne rumschauen. Ist auch in der Videobeschreibung. Zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht dabei. Die Clear Produkte. Ultra heftig im Geschmack. Melon kann ich nur empfehlen. Melon, Melone. Alleine für den Baum lohnt sich das herzufahren. Glaubt mir. Also eins muss ich sagen, dir. Also sage ich mal kleines Kompliment. Gebe ich gerne mal raus an Leute. Glaubst du an das Leben vor dem Tod? Ah, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich. Also ich glaube an das Leben nach dem Tod. Aber vor dem Tod nicht wirklich. Okay, ich glaube sogar an das Leben vor dem Tod. Und es gibt Leute, die bewegen sich einfach krass. Und du bewegst dich so, als wärst du in deinen letzten acht Leben vor dem Tod Bürgerbräter gewesen. Jeder Griff aneinander. Ich habe die eben beobachtet. Ich habe ja auch echt Spaß dabei. Deswegen kombiniert sich das sehr gut. Ja, du bewegst dich wie eine Elfe. Danke, danke wirklich. Bitte, Bruder. Würdest du sagen, du machst die beste Kruste? Ja. Ja? Geile hausgemachten Soßen habt ihr auch hier, ne? Genau, genau. Wild. Also für euch noch kurz, warum ich überhaupt jetzt diesen Laden nehme, um speziell den jetzt auch nochmal vorzustellen. Ich finde, der Burger hat so einen speziellen Charakter. Es gibt ganz viele Burger, gerade finde ich auch, die unterscheiden sich nur minimal. So ein Smash-Burger, da kannst du zu zehn Läden gehen und meistens ist der ähnlich und irgendwie nicht sonderlich anders halt. Genauso auch bei so Garstufen-Burgern. Gibt immer nur Nuancen, die sich unterscheiden. Der hier hat wirklich so einen ganz anderen speziellen Favor. Die haben auch andere Soßen auf dem Burger, den ich damals gegessen habe zumindest. Ganz andere Geschmacksnote. Muss man gegessen haben. Ich hoffe, heute performt er so wie die letzten Male. Ich mache es so, weißt du? Der kannst du gegen meinen Schuh gehen. Ja, so mal. Warte, ich schiebe dich. Wir sind ein Team. Das sind selbstgemachte, ne? Genau. Stanzte die auch selber, richtig? Ja, kannst du mal zeigen. Hier ist unsere Maschine. Ja, gerne. Hier kommen die Kartoffel rein, die sind gestammt. Ja. Dann kommen die so schnell hier raus. Okay, geil. Sehr geil. Kannst du dich einfach hier, das geht, das geht. Perfekt. Hier ist der Kollege. Geil mit dem Pommes-Dill drauf als Gewürz. Finde ich geil, dass die das auch sagen. Wild, wild, wild. Hab schon angefasst. Das ist ganz spezielles Brot, ganz weich. Wirklich butterweich, alleine schon vom Anfassen her. Soßen sehr stark im Fokus. Viel Soße drauf, aber die Bock. Es steckt ja eine Idee hinter dem Burger. Und es ist ja nicht vorgeschrieben irgendwo, wie mache ich meinen Burger. Muss jetzt das Fleisch im Vordergrund sein. Der Salat, was auch immer. Nein, es ist nicht vorgeschrieben. Und die machen es irgendwo geil und anders. Sehr Soßen-lastig, aber irgendwie Bock, das ist krass. Zwischendurch hast du richtig harten Crunch vom Fleisch. Anbieter hatte ich so Spezial-Messmethoden, wo ich die Dicke der Kruste messen könnte. Ich könnte wetten, die Dicke ist eine der dicksten, die ich je kennengelernt habe. Schönes Gewürz drauf. Schöne Pfeffer, oder? Ganz weich von innen. Soße brutal, Pommes brutal, Burger brutal. Bewertung auf den Punkt gebracht. Ganz klein bisschen zu Soßen-lastig. Sonst, ich schwöre euch, Deutschland-Ranking. Ganz knapp. Oh, Leute. Leute, Leute. Was ich schon oft gemacht habe, ich gebe den Läden gerne einen Tipp auf den Weg. Von mir, von Herzen. Damals habe ich es bei Goldis übrigens auch gemacht. Da hatte das Fleisch zu viel Kruste. Haben sie geändert. Danach der beste Burger Deutschlands gewesen. Hier ist zu viel Soße. Ich werde es Ihnen sagen, so ist für mich eine 8,6. Knapp unter Deutschland-Ranking. Mit weniger Soße, bisschen mehr Fokus auf andere Bereiche im Burger. Ho, ho, ho. Wir gehen zu Bison, seinem Vater. Wer das Video hier bis hier vorgeskippt hat, weiß gar nicht, was los ist. Ihr Schlingel, der müsste von Anfang angucken. Ultra-saustarker Burger. Habe ich eine 8,6 von 10 gegeben. Also wirklich ganz stark. Und ich habe gesagt, ich werde nochmal wiederkommen. Weil natürlich gibt es auch am Burger immer mal einen Kritikpunkt bei euch. Fand ich ein bisschen zu viel Soße. Wenn man da den Fokus auf ein, zwei andere Bereiche legt, habe ich gesagt, Deutschland-Ranking-Safe. Und da kann es richtig mitspielen. Richtig hart mitspielen. Aber ich werde nochmal wiederkommen. Vielleicht könnt ihr es ja mal selber so für euch testen, gucken, was ihr besser findet. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Wir freuen uns auch. Nehmen wir an und würden wir dann ändern auf jeden Fall. Danke, sehr, sehr heftig. Soßen krass, Pommes krass, alles krass. Also wir werden Bison und sein Vater jetzt nochmal testen und gucken, was der noch mal macht. Okay, sehr gerne. Da bin ich sehr gespannt, sehr gespannt. Wie soll sein Vater mit einer, ich nenne es jetzt mal Gewürzpatty obendrauf. Unnormal, kreativ auch. Kurz noch, es lässt mich nicht los zu dem Burger eben. Ganz schnell ein Wort noch, die Geschichte mit zu viel Soße. Ihr müsst es unbedingt so betrachten. Man hat einen gewissen Spielraum, Fokus auf bestimmte Komponenten zu liefern. Aber irgendwann überschreitet man eine Grenze. Und das ist, wenn man geiles Fleisch hat, einfach irgendwann ungünstig, weil es dazu führt, dass du auch irgendein Fleisch nehmen könntest. Weil egal wie geil es ist, es bringt nichts, wenn die Soße zu doll übertrifft. Du schmeckst da nichts mehr vom Fleisch. Und das war ganz leicht überschritten beim Burger jetzt gerade. Wollte ich unbedingt nochmal losfinden. Jetzt viel Spaß beim Besuch, unser Vater. Der ist krank, Leute. Der ist nicht von dieser Welt. So dick Fleisch auch, aber unnormal heftig. Das ist genial an diesem Hähnchen-Wirkschicht, nenne ich es mal obendrauf. Man kann es gar nicht genau ausmachen, dass es da ist. Der Geschmack ist einfach krass, aber du machst es nicht genau aus. Bissige, säurelastige Mayonote, aber nicht verkehrt. Also hier haben sie es geschafft, mich zu kriegen. Genau den Burger werde ich nochmal testen. Als ersten Burger, irgendwann. Das ist für mich neuer Burger im Deutschland-Ranking. Gehört einfach rein. Kreativität, Umsetzung, Geschmack, geile Fleischnotte. Oh, brutal, Mann. Ich habe gerade schon echt ein bisschen viel gegessen, Mann. Dann beiße ich jetzt zwischendrin noch auf diese Gewürzmarinade. Die ist so richtig verhärtet, so richtig angebraten. Ich gebe jetzt mal ganz vorsichtig ne 9 von 10 Punkten. Stark, Leute. Werde ich safe nochmal testen. Eventuell sogar direkt so in ein, zwei Wochen, weiß ich nicht. Könntest du haben. Da habe ich nämlich einen Burger auch noch vor dem Mesh, den ich schon seit Ewigkeiten testen wollte, weil der so krank war. Wo ich gesagt habe, den muss ich nochmal testen. Ganz clean, mit leeren Magen. Wir gehen zu Hopsburger. Boah, ich glaube, das können wir heute nicht mehr toppen. Jetzt sind wir an der Alza. Direkt in der Europapassage befindet sich jetzt Hopsburger. Was ich nochmal loswerden möchte. Was mir eben nochmal so in Gedanken kam. Es ist ja einfach so. Ein Burger muss nicht geröstet sein. Ein Burger bann. Es muss nicht geröstet sein auf dem Grill. Jeder Burger entwickelt seine Eigendynamik. Und ob das jetzt geröstet ist oder nicht. Im Gesamtspiel ist der Burger entweder geil oder nicht geil. Es gibt da keine Vorgaben. Du musst so, du musst so. Das ist das Geile am Essen. Jeder Gastronom da draußen erschafft seine eigene Kreation, sein eigenes Wunderwerk, wollte ich gerade sagen. Er erschafft sein eigenes Meisterwerk. Den Ausgaben habe ich gesucht. Da vorne das alte Haus, noch für jeden was zu haben. Teurer Scheiß, günstiger Scheiß. Gut günstig, weiß ich nicht unbedingt. Du kannst aber auch eine Handtasche für 3000 Euro kaufen an der Ecke. Das ist unglaublich. So, wir haben einen guten Hauptsburger angekommen. Wir werden jetzt erstmal einen Burger bestellen. Wir nehmen den normalen Schiedsburger. Für mehr als einen langt es heute nicht. Moin ihr beiden. Na, Lülchen. Hi. Geht's dir gut so weit, ja? Alles gleich, alles gut. Für dir? Das freut mich auch gut. Ich dachte, ich stelle dir mal spontan einen Besucher heute. Ja, geil. Spontan, die tun das alles. Einen Burger. Ich gebe dir heute die Chance für einen Burger, weil mehr schaffe ich nicht. Welchen Burger soll ich wählen? Probier mal den Italian Fluff. Da ist eine Tomatencreme drauf, Basilikum und Parmesan. Oha, das könnte wild werden. Den haben wir gemacht in Napoli. Wir haben uns eingeladen damals. Das war ein Aktionsburger. Da muss man den von der Karte nehmen. Das Geschrei ist riesig. Ehrlich? Es gibt Ärger, wenn der wegfliegt. Oh, das ist eine geile Geschichte. Dann kann ich den nicht abschlagen jetzt. Ja, den machen wir dir. Okay, machen wir. Geile Idee. Aufnahmen, die ihr jetzt seht, zum Burger zubereiten wird Zulfi filmen, weil Zulfi ist selber Videomaker. Ich gebe das mal einfach aus der Hand. Gebe her, das neue Schumme. Aber dann kannst du nicht selber braten. Dann muss einer von euch. Bei den Bürgern ist es so, am Anfang startet er anders, in der Mitte ist er wiederum schon wieder anders und ganz am Ende erfüllt er sich in der Art, wie er komplett auch sein soll. Also das ist so eine Etappe, die man durchgeht. Sehr schön. Eine Reise, die jetzt auf mich zukommt. Ja, ein bisschen durch Napoli. Ja, geil, Mann. Ich freue mich. So, hier darf ich eigentlich nicht essen, glaube ich. Wenn Security kommt, sage ich, ich habe Sondergenehmigung von Zulfi. Mal gucken, ob das zieht. Er hat es nochmal schön gesagt. Letztes Mal, bei meinem letzten Besuch in Stuttgart, habe ich noch gesagt, Röstaromen haben gefehlt. Wo ich mich noch erinnern kann, was sehr geil war, war dieses Feuer, was an Burger kommt. Die haben da so einen Gasgrill. Er sagt doch, das ist nicht so ein ganz normaler, modifiziert. Da kommt richtig geil das Feuer wirklich. Kommt an Burger und ich habe so ein ganz spezielles Grillaroma. Nenne ich es jetzt mal. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Das war es jetzt letztes Mal und wir gucken jetzt, wie es diesmal ist. Ihr seht, was ich immer geil finde. Schön handlich. Auch vom Anfassen, ähnlich wie bei Traumkuh gerade. Schön weich. Ein bisschen erinnert es mich vom Geruch an Burger King und ich meine, das ist auch so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar Feuer ans Fleisch, vielleicht auch falsch, aber der Geruch ist Burger King-like. Der ist super krank, Leute, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber der ist nicht mal ein Medium. Nach dem Burger eben bei Traumkuh, ich hätte sehr viel Geld drauf gewettet, dass hier kein Burger kommt mehr, der das toppt. Ich weiß nicht, aber ob der das noch toppt. Der erste Bischung hat mich krass geflasht. Muss ich sagen, ich glaube nicht. Ah, Entschuldigung, ich habe eine Sondergenehmigung von dem Hops Burger, von dem Zulfi. Ist okay, dann machen Sie es jetzt auch zu Ende und dann ist es gut. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Cool, Dankeschön. Hat geklappt. Abgelogen. Zulfi, sorry. Einzigartig, auch bei dem Burger, was ich noch nie hatte, dieses Fleisch, das zerbröckelt richtig im Mund. Das hält nicht richtig zusammen, das hat irgendwie eine ganz feine Konsistenz, als wäre es so ganz leicht gewollt und nur ganz leicht zusammengedrückt. Ich weiß nicht, wie ich es mir erklären kann, aber es zerfällt. Der Parmesan da drauf, ich bin ehrlich, ich habe den am gleichen Tag als Vitronco direkt danach gegessen, dritter Burger, aber der sprengt noch mal den anderen Burger. Oha. Ich kann nur für diesen Burger sprechen, denkt immer dran, wenn du den testest. Ich weiß nicht, ob das ein riesen Zufall war. Es gibt Burger, die kannst du gut standardisieren und gut gleichbleibend ein Produkt schaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den jedes Mal so hinkriegst. Der wirkt so richtig schön nach Pest, so Bissigkeit. Den kann ich so richtig genießen gerade. Ich gebe mir 9,2. Oh, wild, Leute. So, mein lieber Zulfi, ne? Ich muss dir jetzt was sagen. Ja, hau raus. Also erst mal muss ich sagen, für alles, egal was ich gleich sage, ich habe auch im Video gesagt, ich glaube nicht, dass ihr den Burger so wie ihr ihn jetzt erwähnt habt, dass der immer so rausgeht, weil ich das Gefühl habe, der ist sehr schwer zu machen. Ich sage das nur zu meinem Schutz. Ich war auch privat nochmal hier, da war er nicht so krass, aber dieses Mal habe ich dir ne 9,2 Punkte gegeben. Heftig, 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 heftig. Das heißt, du bist nicht nur die Nummer 1 in Hamburg aktuell, ja, sogar die Nummer 1 im Norden, wenn mich nicht alles täuscht. Alles. Wie du sagst, ne Reise, diese Flammen, das Patty auch, das ist so leicht zerbröckelt, das war ultra heftig, das habe ich sonst gar nicht so gehabt. Ja, flockig. Ich habe eben schon 100 Jahre von den Burger geschwärmt, und ich will es den Zuschauern nicht nochmal antun. Ich sage dir, danke für den geilen Burger. Danke dir für den Besuch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Zuschauen, danke für alles. Lass mir gerne den Daumen oben knallen und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal.